Jo Leute was geht heute mal ein neues Video von mir und nein es ist nicht das Review zum Joey Gorillapod wie in meinem Motorvlog angekündigt Definitiv nein Denn ich hatte ein bisschen Stress in der Arbeit mit den Seminaren und so und habe auch ein paar Kurse für meinen Führerschein also L17 und 125 Kubik gehabt Deswegen bin ich einfach nicht zum Schneiden gekommen oder hatte einfach keine Lust zum Schneiden auch, muss ich ganz ehrlich zugeben Aber die Videos kommen definitiv, ich muss sie nur noch schneiden, gefilmt ist es schon Dann kommen auch noch definitiv ein paar Reviews, vielleicht auch ein paar Unboxings, vielleicht auch was mit der neuen Drohne, wer weiß Und ich habe auch noch ein Edit geplant mit einem Freund, beziehungsweise mit mehreren Freunden ein Edit geplant Und mal schauen wie ich da zum Film beziehungsweise zum Schneiden komme Das ist wirklich alles ziemlich stressig mit den Seminaren von der Arbeit aus und mit den Kursen für den Führerschein Aber die Videos kommen, macht euch keine Sorgen, es sollte noch ein kurzes Infovideo sein, ist einfach nur uncuttet, mal rausgelabert, vielleicht sind mal Bilder eingeblendet oder so Ja, lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt in die Kommentare einfach was ihr für Videowünsche habt, vielleicht mal, keine Ahnung Das ist jetzt eine Setup-Tour, wo ich meine ganzen Video-Equipment zeige und so Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn die neuen Videos bald kommen sollen Und ich denke, sie sollten bald kommen Danke für eure Aufmerksamkeit, ciao